So, herzlich willkommen zum 68. Let's Play von Kingdom Hearts 2. Hier haben wir wieder eine abwesende Silhouette, wie mir scheint. Ja, das mit dem Buch. Aber die werden jetzt noch nicht gemacht. Ne, die sind recht schwierig. Ja, mal gucken, ob wir überhaupt noch willkommen wieder. Item Herstellung, alle Nettungen, bla bla. Ui, lecker. Schutzengel erhalten. Abilitamin erhalten. Kraftbolzen erhalten. Abilitamin erhalten. Wieder ein Schutzengel. Noch ein Kraftbolzen. Eine Magie-Sphäre. Donnertropfen zur Verfügung. Und alle Formen abgegeben. Ja. Und was haben wir? Die Infantinenwache zum Beispiel. Was braucht man für die Infantinenwache für Darnet? Ein Schalkon ist ein stärkeres Wache. Drei Doktierkristalle, fünf Doktiersteine, sieben Doktiertropfen und neun Doktiersplitter. Oh, das ist doch schwierig. Ja, und die stärkste Wache vor Dings ist die Königswache. Für Goofy. Ja. Das war meine Sammelziele, ja. Oh. Ganz schön viele Teams bekommen. Ah, sowas von? Mit anderen, die auch Notzer? Ja. Gucken wir, die sind schwächer. Du hast ihm schon den stärksten Schild gegeben. Ja. Und unsere Art ist es ja immer die optimalste Wache. Immer die optimalste Ausrüstung zu haben. Ja. Wir geben ihnen gleich mal die Sachen, ja. Die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Ja. Zwei Angriff. Donnert und Kupi brauchen das nicht unbedingt. Einmal Magie. Vor allem das Abilitamin brauchen die nicht. Und zweimal Verteidigung. Und vier mal... Ui, vier Fähigkeitspunkte. Nicht schlecht. Jedes Abilitamin erhöht. Es gibt Zora einen FP. Ja. Und gerade die sind am wichtigsten. Jetzt haben wir wenigsten genug Punkte für Abilities wieder. Zora. Deckungsbrecher. Du löst einen mächtigen Kombo-Abschlussangriff aus, der die Deckung eines Gegners durchdringt. Luftmeuchler. Ausweichkonto. Autoweiß. Entschuldigung. Ne, keine kleine Musik rollen. Fies. Du löst ihn jetzt. Getrehm knecht? Koren bitte milkmal ein Leben. Entsschuldigung. Bloß nicht. einen mächtigen erläutern ist ein mächtigen combo abschluss angriff auf einem einzelnen gegner in der luft aus so geht's erst mal rein total der tonen ich will auch noch so zeit also da ist mir nicht mal unterhaltung da merkt als geisel an die versteckung ein skateboard die führer kann euch ihr geld bezahlen war doch so dass während des gehtens keine gegner kam oder doch da kommen auch welche aber man kann schwer vorbei bei denen besonders an diesen füchern hier wäre das empfehlen schwert an den bomben meuchen hier musste man ja vor harnisch fliehen beim ersten besuch in der arena der drille bohrs kammer des haides das ist noch nicht zu spät ich kann es nicht so gut sind sie sind blablabla der msb ich verstehe noch barrow du auch ich verstehe das fehlt jetzt in eurem herzen sie muss aber ein schweres leben gehabt haben die müssen wir ihm dazu werfen aber letztendlich ist es wohl das was ihn so stark gemacht hat Bring'n wir sie. Ah, ein paar Nobodies. Ja. Kommt die denn her? Nobodies sind nicht perfekt. Kommt die denn her? Das war in der Durchbruchsting, wir reden. Was sind wir denn da? Dafür. Dieses Bluffixer-Boomster, was man vorhin noch kreiert hat. Ja, das ist ja der Packer. Den haben wir noch tief zuerst genommen. Das ist eine Diamantigkeit, wo ein Kampf hier bleibt. Dieser Todspark oder wie der Sie ist, ja. Das war die Luftabschluss-Kombo. Der Luftmeuchler. Das war der Luftmeuchler. Ja. Noch mehr. Lass uns in Ruhe! Dann mach doch mal Ultima oder so, Donald. Oder ein CK-Flair. Ja. Aber das ist tödlich. Wups. Äh, äh, äh. Jetzt, was ich hatte in mir, aber ich nehme es. Ich nehme es. Wir werden uns in Ruhe. Wir werden uns in Ruhe. Aber nicht unbedingt. Schnell weg hier. Ja, der frisst den Kopf, na klar. Gut, ich habe Hunger. Auron-Statue. Eine Statue, die genauso aussieht wie Auron. Scheinbar erhält sie seinen freien Willen. Sie sollten Auron sofort zurückgegeben werden. Sie wollten Brot? Nö. Doch. Aber das kannst du nicht verwenden. Tag, Herkules. Wir sind jetzt sicher schon auf Nade. Was sag ich auch hier, um Herkules verlieren zu dem? Ja, auch hier. Ja, auch hier. Herkules essen. Natürlich. Hält uns in die Fälle. Ja, die freuen sich schon. Daraus wird aber nichts. Das sagt von Lea. Und Lea. Der Fluss. Der Todesfluss. Mach so und erledige ihn! Das ist auch seine Geschichte. Oh nein! Hey Auron, das hier der Pia! Das ist ein freier Wille. Ja. Und jetzt muss man durchgehen und Hades kämpfen. Smana. Sara, drohnet, Goofie. Dauh, Goofie. Auru. Diese miese Zeit. Ja, Consir. talking to our mutual agreement. I can give you a clean sleep. But you still McDonald. Maybe you didn't hear me. This is my story. Und du kommst darin nicht vor. Ist das ein originales Sprichwort aus Fallen mit 10? Das sagt er auch in Fallen mit 10, ja? Ja. Schluss, aus! Das Spiel ist vorbei. Ich habe mich lange genug um die Regeln gehalten. Gut, ich gehe zu. Ich wollte, dass unser Superheld verliert. Aber es war noch ein fairer Kampf. Aber bei einem fernen Kampf kommt schon. Ist das zu viel verlangt? Wirklich? Ein fairer Kampf? Lacht nur, lacht. Lacht euch ruhig, tot! Dann hat sich nämlich ausgelacht. Und warum? Weil wir jetzt nach meinen Regeln spielen. Ui, die Seelen-Suppe. Dieser Fluss. Oh, das ist fies. Alles springt ja einfach als der 2. und wird zum Gefolge. Hercules! Bleib dich doch zu Beginn gewarnt. Wenn du nicht mitmachst, verlierst du die Kleine. Neu! Neu! Meg! Hang on! Ich helfe dich! Und da wollen die Hexen mich das Band beschneiden und schauen. Auch mal ist der Wunderklammer aus der Werbung rausgefallen. Wir setzen beim Treiben jetzt ein Ende. Die Hexen der Schicksal zu verheißen. Na, da brennt ich schon drauf. Denn Feuer wird aber gleich gelöscht. Ja, Dora bleibt drinnen. Wir enden ja. Vorsicht, Feuer! Zumindest in Deutsch. Ja. Ja. Hä? Wir können nicht gewinnen. Wir können nicht gewinnen. Warum nicht? Man muss die untere Welt entscheiden. Ich glaube, ein Mauerheit könnte da helfen, aber du... Ah ja, besten Dank, Hades. Ich habe mir nicht geholfen, mein Leben zu offen, um mitzuretten. Da fühlt es mir wieder ein. Ein Mauerheit wird an der Kraft deines Herzens gemessen. Lass mich ja kaum mit Pegasus ab. Ich werde das nie vergessen. Nur keine verrückten Aktionen mehr. Die Menschen machen immer verrückte Dinge, wenn sie verliebt sind. Was gibt es denn da zu lachen, ihr Schubköpfe? Ihr habt es gemeint, ein Happy End zu feiern? Ja, das ist fach! Das kommt auch noch. Das Happy End. Ja. Ja. Ah, die Mauerheit wird von Hades sein. Äh, nicht von Hades, von Herkules. Ein Geist ist Feuer Ja Und da ist auch ein Kuss hinterher Er ist aber kein Schatz mehr Der ist ja der Pagakun Der dort kommt Der Querlust Das eine Schäden würde ich sehr gerne Erschützen Ja Bam Und gleich noch einen Man muss nicht unbedingt 2 geschießen, oder? Ja Aber wir schauen uns wie Max da bei Auf ihn teilen Das ist er. Schau, ich bin hier. Das ist er. Das ist er. Jetzt kommt er. Ja, ich habe einen Schrauben. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Das ist ja schon wieder weg. Das ist ja schon wieder weg. Das ist ja noch. Oh, das ist ja der Weg. Das geht auch bei den Kugeln wieder. Der hat sich ja auch nach. Ja. Das ist ja schon ein Teil noch. Oder der ist ja ein. Hast du halt als letzten Lita verwendet ja. Das sieht man nicht, weil der ganze ein viel bei einem Rosa ist. BAM! 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 Und der letzte Kapit! BACH! 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 Na, gebt doch endlich auf, Adels! Hörnö, was, wir haben ja nichts! BACH! Mach' ned Welle, Alten! Guck, das braucht'n auch! Weiß nicht! Jetzt kommt das! Hat mir jemand die Haare gelöscht?! Der Fehler so... It's... ...not over yet! Boah, das ist gelingend. Tschüss! In seinen eigenen Seelen. In seinen eigenen Seelenfluss geplumpst. Ja. Bis Adels. Und was machst du jetzt? Ich lebe mein Leben, befehlend andere. Aber wenn, da ist niemand, um zu schützen. Vielleicht sollt' ich die Frau dann meine eigene Geschichte schreiben. Ja. Du hast es verdient, Auron. Nach allem, was du für uns getan hast. Ich glaube, ich sollte euch dann... Ich glaube, ich sollte euch dann... Nicht nötig. Auch gut. Ich meine, schon ein bisschen, dann kann ich ja nicht schaden. Und sag auch, was du denkst. Ein paar Worte kann ich wohl übrigen. Was soll das denn heißen? Was aber nicht so ist gemeint. Ja. Seelenwechter. Seelenwechter besitzt große Angriffskraft und erhöht den Schaden, der durch Situationskommandos verursacht wird um 50. Ich glaube, Perkulis Medaille war das. Wir waren jetzt nicht so scheiße Schlüssel hier. 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 Und jetzt hat jemand die Flügel verbrannt. Puh. Ich bin ein Hack. Wir machen euch Schlaß. Danke, Sauradonit. Goofy. Und was habt ihr als nächstes vor? Ach, weißt du. Ihr zwei Worte kommt doch nicht ganz gut. Und ohnehin klar. Hm. Wir gehen besser. Genau, bevor wir uns wieder einbüchen. Ja, ich habe mich nicht mehr gebraucht. Ja, Perkulis. Wenn du jetzt schon mal aus dem Meisterstag, wen soll ich denn noch trainieren? Dein Bart. Oh nein, du darfst mich jetzt nicht verlassen, Perkulis. Ich muss hier sein Kopf und sein Fatal ist wieder haupt. Wir sind ja die Gefahren. Er kommt schon für den Wien. Wie zieht's mal aus, Perkulis? Er hat mir überlegen. Nein, auch seid ihr. Ich weiß nicht wie du. Noch nicht ganz, 2, 4, 3. Okay, okay, wir haben's kapiert. Ist ja auch nicht meine Entscheidung. Ah, verflixt. Wenn es noch mehr ging, gebt's kein Problem. Ich würde euch halt zu Ende fördern. Wirklich? Sag das doch mal. Auch wohl? Wenn es euer Wiesigkeit sein soll, habt ihr noch viel zu tun. Hey, was soll ich das heißen? Gebt Ruhe. Phil! Ähm, Reizdonat nicht, sonst gerittet ihr einen Bart weg. Lass mich in Frieden! Suda? Well, was weiß ich? Haben wir es dann so geschafft. Na klar. Wie drei Gesichter? Nein! Komplett! Sind es also vollwertige Helden? Marina ist Solinums! alle kapitel beendet der hat da noch gezeigt aber da ist ja nicht vor eine neue episode in schule ja dann ist der kopf den können wir dann auch demnächst im nächsten let's play machen den kopf ja dann würde ich erst mal sagen dass für dieses let's play und wir sehen uns dann im nächsten wieder und tschüss